Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und unser Hans beginnt einen neuen Tag auf seiner großartigen Farm. Auf der wir jetzt auch wieder mal fünf Kupferwaren zusammen haben. Das heißt, wir könnten heute tatsächlich mal irgendwas verbessern. Zum Beispiel unsere Spitzhacke. So, was haben wir denn hier? Ja, Moment. Ich kann das ja anders machen. Ja, also erstmal ein bisschen vergießen, ernten, das Übliche. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, der Garten ist gegossen. Jetzt muss ich noch schnell unsere Katze tränken. Nicht er tränken, sondern tränken. So. Dann gibt es keine Auffüllen. Das Thema wäre erledigt. So, wir haben tatsächlich ein paar Sonnenblumen bekommen. Allerdings empörend wenig neue Saat daraus. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal noch was Neues aussäen. Mh, einen bräuchte ich noch. Wie haben wir denn noch Zeit? Acht Tage? Ich werde nur noch ein bisschen Sommerschmuck hier hinsetzen. So, habe ich sonst noch irgendwas, was ich hier loswerden müsste? Ne. Außerdem ist mir aufgefallen, ich habe vergessen, die Hühner gestern nach drinnen zu bringen. Das heißt, die armen, armen Hühner sind jetzt die ganze Nacht draußen gewesen. Die Armen. Aber ich meine, es war ja warm. Da hat mich geregnet. Kein Problem. Wo stecken die Hühner denn eigentlich? Ich dachte, ey, die werde ich nie wieder finden. Ach, da unten ist eins. Da ist Nummer eins, da ist Nummer zwei. Gut sich ein bisschen am Wasser aus, kann ich ihm nicht bedenken. Und wir machen hier auch noch ein bisschen Mayonnaise. So, die erste Mayonnaise können wir verkaufen. Haben wir auch. Außer wie die Sonnenblume. So, die falsche Tune hier rein. Ja, dann wollte ich die Spitzhacke verbessern. Und wenn wir schon mal gerade auf dem Weg sind, dann werden wir auch die Geoden aufbrechen. Und den Buntbarsch wegbringen. Gab es noch ein paar Sachen, die wir ins Gemeindezentrum bringen müssen? Ich schaue mal kurz. Also ich schneide das raus, ne, keine Sorge. Ja, so richtig was haben wir eigentlich noch nicht. Könnten den gewöhnlichen Pilz wegbringen, aber nützt uns nicht so viel, ehrlich gesagt. Oder auch ansonsten sehe ich jetzt noch nicht die Notwendigkeit, das zu machen. Also nichts, was uns jetzt irgendwie bei einem Bündel, was uns wirklich voranbringen würde. Und aus dem Grund werde ich auch den Fisch erstmal noch weglassen. Wegen einer Sache müssen wir jetzt wirklich nicht dahin laufen. Ja. Ja, und ansonsten... Achso, natürlich muss ich hier meine Marmelade wieder in Auftrag geben, ist das ja klar, ne? 1, 2, 3, so. Blaubeere ist nicht schlecht dafür. Wollte nicht irgendjemand was? Oh, Shane hat Geburtstag, ne? Shane hat Geburtstag. Ich muss Shane wieder seine Joja-Cola vorbeibringen. So, wenn ich schon mal am Geschenkemachen bin, dann könnte ich mir ja noch ein paar andere Ziele überlegen. Also, nehmen wir da so die üblichen Sachen mit, was letztes Mal sich schon bewährt hatte. Ähm, ja. Davon zwei. Sonnenblume für Hayley. Das hier für Penny. Das für Caroline. Boah. Hä? Könnte auch ein anderer nehmen. Ich könnte auch diesen Mon nehmen. Ein paar Punkte mehr. Da haben wir noch nicht. Aber wir trödeln jetzt hier nicht lange rum. Mit Geschenken. Also, Ziel ist tatsächlich zum Schmied zu kommen. Caroline haut gerade nach oben ab. Aber das stört uns erstmal gar nicht. Bei, wir müssen ja vielleicht auch noch ein paar Platz machen. Wow, das mag ich total gerne. Danke dir. Ich weiß, dass du das gerne machst. Ja. Der ist immer noch bei seinen Mondlichtquallen. Schock. Das ist absolut fabelhaft. Du hast eine alte Dame sehr glücklich gemacht. Der gute Bürgermeister hat mich für die städtischen öffentlichen Gärten verantwortlich gemacht. Ich habe monatelang an den Blumenbeeten gearbeitet. Bitte tritt nicht in sich rein. Ja, mache ich. Keine Sorge. George sitzt wie beim letzten Mal hier. Das habe ich am liebsten. Danke dir. Ja, Alex ist mein Enkel. Das hat er mir schon erzählt. Ich brauche Sam. Ist der Sam? Ja, Sam war es. Ja, dann bleibt keiner zu sehen. Das ist nichts. So, ich möchte gerne ein paar Geoden aufbrechen. Darf ich das hier machen? Ja, ne? Oh, dreimal Kupfer. Okay. Ah, nicht schlecht. Das hatten wir schon mal. Das weiß ich. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir es schon mal hatten. Aber das kenne ich noch nicht. Ich habe auch tatsächlich noch eine Geode vergessen, nämlich die Omni-Geode. Ja. Ja. Was war das? Dann werde ich als nächstes Mal meine Bizzacke verbessern. für 2000. Fängt damit an, sobald wie möglich. Ähm, Penny, ich hätte da was für dich. Penny. Nein, ich möchte den Mohn nicht essen. Ich möchte ihn verschenken. Bleibst du jetzt mal stehen? Bleib stehen. Nein. Danke dir. Ich stehe total auf sowas. Ja. Das hat sie uns beim letzten Mal auch schon erzählt, dass sie die Kinder unterrichtet. So, was haben wir denn für das Museum? Diesmal das hier und das hier. Mehr ist es nicht, aber es gibt eine Belohnung dafür. Was bekomme ich? Singender Stein. Okay. Ah, ich habe die Bücher vergessen. Moment. Ich wollte die Bücher noch lesen. Was gibt's hier? Heiratsknigge für Bauern. Bevor du um jemanden das Hand anhältst, solltest du erst eine Weile mit der Person ausgegangen sein. Bitte dazu jemanden mit einem Bouquet von Piers um eine Verabredung. Wenn du bereit bist, die Frage aller Fragen zu stellen, gibt der Person ein Meerjungfrauen-Amulett. Jeder weiß, was es bedeutet, eines davon zu erhalten. Es wird gemunkelt, dass an stürmischen Tagen der Geist eines alten Seemannes im Sternentautal erscheint, in dessen Besitz sich ein solches Amulett befindet. Nach der Hochzeit zieht dein Partner bei dir ein. Vergiss nicht, dich gut um deine bessere Hälfte zu kümmern. Dein Partner mag Geschenke auch noch nach der Hochzeit. Bezahlt von Pierre. Achso, das hat er bezahlt, dieses Buch. Der Angler, Akt 2 Tex Geordi, erzähl mir von deiner besten, erzähl mir deine beste Angelgeschichte. Geordi Ich habe eine ganze Menge großer Fische gefangen und ein paar davon waren sehr selten und schwer zu fangen. Aber es gab einen, mit dem ich drei Tage und drei Nächte gekämpft. Ich nenne diesen Fisch die Legende. Sie war ein gewaltiges Biest und je stärker ich an der Leine zog, desto stärker zerrte sie zurück. Ich war nur für einen Moment unachtsam und sie riss mein Boot in zwei. Seitdem habe ich nie mehr gefischt. Denkst du, dass sie jemals jemand fangen wird? Hm, wenn diese Person ein Meister im Fischen wäre, alle anderen selten Fische bereits gefangen hat und ganz wichtig, das Richtige gegessen hat, dann vielleicht. Aber vor allem musst du das Wasser respektieren, mein Sohn. Ex-Sohn? Meinst du, du bist mein Vater? Geordi Ja, mein Junge. Dramatische Musik während der Vorhang fällt. Okay. Dann war das eine Anspielung auf Star Wars. Ich will aus dem Weg hier ein Buch lesen, Mann. Abigail. Ich kann das Buch nicht lesen, weil Abigail im Weg steht. Hast du dein Haus überhaupt irgendwie eingerichtet? Das wäre mein erster Gedanke, wenn ich ein Haus hätte. Äh, das ist schon eingerichtet. Das hat mein Opa gemacht. Da muss ich mich nicht drum kümmern. So, jetzt haben wir immer noch nicht Sam getroffen. Es wird langsam Zeit. Hm, manchmal springt er ja am Strand hoch. Hm, vielleicht treffe ich ihn ja da. Aber heute ist sein Geburtstag, also könnte es auch sein, dass er heute nicht am Strand ist. Ah, lass mal die Muschel hier einsammeln. War hier sonst noch was? Hm. Sieht irgendwie nicht so aus. Ah, Lea ist wieder hier. Lea mag, glaube ich, auch Löwenzahn. Wiederschön. Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Ja. So, Sam habe ich immer noch nicht gefunden. Dafür springt hier Alex schon wieder rum. Ja, der war bestimmt wieder bei Hayley. Was auch immer sie da gemacht haben. Aber das ist auch irgendwie neu. Das kenne ich noch nicht, den Raum. Oh, das mag ich am liebsten. Ja, das weiß ich. Äh, ja. Ich habe dich nicht gehört. Ich denke gerade über etwas anderes nach. Ach, die ist immer noch so nett zu mir. Dabei hat sie mittlerweile schon vier Herzchen von mir. Ach, Sam, bist du vielleicht irgendwo mal zu treffen? Nö, hier ist er auch nicht. Da ist überhaupt niemand. Hm. Da ist er ja. Sam, heute ist doch dein Geburtstag. Bleib mal stehen. Nein, nicht trinken. Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Hi. Nimmst du dir den Tag frei? Nein, ich habe den ganzen Tag nach dir gesucht. Klingt interessant. Hm. Was gibt es hier denn noch wieder? Suche nach einem hübschen jungen Mann, der mir Kugelfisch bringt. 600 Gold dafür. Das würde sich vielleicht mal lohnen. Was hast du gesagt? Es ist schon 17.40 Uhr? Meine Güte. Ja. Ist es. So. Shane. Nein, ich... Ach, normal. Oh, wow, Hans. Woher wusstest du, dass ich sowas mag? Ja, du wusstest das beim letzten Mal schon. Er hat immer noch keine Zeit zum Plaudern. Das ist vielleicht ein unfreundlicher Mensch. Was, die Nake werde ich auch noch los? Hey, hey. Also, das ist wirklich was. Tausend Dank, Kindchen. Ja. Hm, Kugelfisch würde ich wahrscheinlich am ehesten am Meer bekommen, ne? Gehen wir doch noch mal eine Runde angeln. Zumindest für den Abend. Ich frage jetzt natürlich, ob der Kugelfisch jetzt abends rauskommt. Hm. Ich fürchte eher, dass der eher so ein Morgens- oder Mittagsfisch ist. Aber wir probieren's. Oh. Ich frage jetzt die Bauen. Hm, komm schon. Schon. Super, Siegurke. Ja, ist das noch eine? Ja. Die sind gar nicht so schlecht, weil die, glaube ich, relativ wertvoll sind. Da fangen wir jetzt einfach noch ein paar von, würde ich sagen. Verkaufen die, vielleicht kann ich mir dann bald meine neue Angel leisten. Ja, so, beim letzten Mal hatte ich euch von The Witcher erzählt. Wir sind ja immer noch beim Thema, welche Spiele haben nicht geflasht und warum. So, warum bin ich beim Witcher nicht gekommen? Es ging einfach nur darum, also, The Witcher ist einfach eine supertolle Story. Da kann man einfach nichts anderes zu sagen. Es ist toll erzählt, auch im Spiel. Und ich denke, wo wir schon mal gerade dabei sind, was ich hier auf meinem Kanal schon habe, an Let's Plays, gibt es auch tatsächlich noch ein anderes Let's Play, ein anderes Spiel, bei dem mich das Spiel echt geflasht hat. Und es war tatsächlich mein allererstes Let's Play, nämlich Through the Darkest of Times, das hat mich auch durchaus emotional ganz schön mitgenommen. Also, da war ich begeistert, wie toll dieses Thema Nazi-Zeit aufgearbeitet wurde, wie emotional das auch war. Das Spielprinzip war eigentlich relativ, naja, simpel, sag ich. Das ist jetzt nichts wirklich übertriebenes gewesen, wo es mega komplex wäre. Also, schon nicht einfach, ne? Nicht verwechseln, das war nicht einfach, aber es war auch nicht hyperkomplex. Und das Spiel fand ich total toll, auch von der Stimmung her einfach. Die Stimmung hat es einfach in dem Moment auch gemacht. Und das Spiel fand ich richtig toll. Und auch ein anderes Spiel, das auch von der Stimmung echt toll war, war Frostpunk. Das kam ja erst vor kurzem auf den Kanal. Ähm, auch da, ähm, habe ich noch nicht vergessen, dass ich die anderen Let's Play, die anderen Szenarien auch noch spielen möchte. Ähm, ja, aber im Moment habe ich jetzt gerade zwei andere Projekte am Laufen und noch ein drittes schaffe ich nicht nebenher. Ich will auch nicht zu viel auf einmal anfangen, weil sonst würde dann irgendwann alle vier Wochen, würde dann das weitergehen hier, das, ähm, finde ich dann irgendwie nicht so gut. Naja, also Frostpunk und Through the Darkest of Titans sind von der Stimmung her neben The Witcher für mich die Spiele auf dem Kanal, die mich am meisten geflasht haben. Ähm, ja. Jetzt überlege ich gerade. Was gab's denn noch? Ja, es gibt tatsächlich noch zwei Spiele, die auch zumindest mal eine Erwähnung, ja, eigentlich drei Spiele, die noch zumindest mal eine Erwähnung verdient haben. Ähm, jetzt muss ich aber erstmal was essen. Spannung steigt. Und zwar, ähm, das eine ist Rimworld. Da habe ich auch tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ob ich dazu ein Let's Play machen möchte. Wenn ihr daran Interesse habt, sagt mir ja ruhig Bescheid. Ähm, das ist also was, was ich mir durchaus vorstellen kann. Das ist ja ein sehr umfangreiches Spiel, sehr viel Zufall. Ich finde, es hat tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit sogar tatsächlich mit den Sims, in gewisser Weise, obwohl es jetzt nicht so eine Lebenssimulation ist, aber eben auch was so diese zufälligen Erzählmechanismen angeht. Ähm, also so ein AI-Erzähler, das hat schon ein bisschen auch was von den Sims, wo ja auch sehr viel zufällige Sachen passieren können, obwohl man es da ein bisschen besser steuern kann. Naja, gut. Aber Rimworld, ähm, ja, also, da ist ja so viel drin. Ähm, Kolonie bauen, es ist, ähm, Kampf drin, es ist Geschichte drin, also zufällig erzählte Geschichte, ne? Ähm, wirklich so viel eigentlich. Der Wahnsinn. Also, habe ich auch schon viel Zeit drin verbracht. Und, ja. Und, ähm, dann, last but not least, auf jeden Fall auch, ähm, Paradox-Strategie-Spiele. Das fasse ich jetzt mal als eins zusammen. Die habe ich vor, ich sag mal, ungefähr fünf Jahren entdeckt. Muss was wegschmeißen. Ich weiß mal die CD weg. Und, ähm, gerade so in der Anfangszeit habe ich unglaublich viel EU4 gespielt. Das hat mittlerweile ein bisschen nachgelassen. Finde ich immer noch ein tolles Spiel, aber, ähm, ja, ist mir jetzt im Moment ein bisschen zu stressig. Und das andere natürlich Crusader Kings. Und Crusader Kings, ja, läuft ja auch bei mir auf dem Kanal. Ich habe Crusader Kings 2 gespielt, ich spiele Crusader Kings 3. Ähm, auch wieder sehr viel, ja, naja, zufällig erzählte Geschichte so ein bisschen auch wieder, ne? Diese, das, das gefällt mir einfach richtig gut. Und dazu halt auch der Strategie-Teil. Also, ihr könnt euch denken, auch Strategie, ähm, ist was, was ich einfach sehr gerne spiele. Ja, soviel also zu meinen Spielen, die mich geflasht haben. Wahrscheinlich habe ich auch noch den ein oder anderen Titel vergessen. Da reiche ich vielleicht noch nach, wenn es mir wieder einfällt, aber, ähm, da habt ihr jetzt schon mal einen Überblick darüber, was mir so gut gefallen hat. Es gäbe sicherlich auch noch den ein oder anderen Titel, über den ich sprechen könnte, aber ich will das hier jetzt auch nicht ausufern lassen. Wenn ihr spezielle Fragen habt zu bestimmten Spielen, ob mir das gefallen hat oder nicht, ob ich es gespielt habe oder nicht, dann macht das ruhig. Ähm, dann beantworte ich auch diese Fragen noch gerne. So, hier gibt es auch ein paar Schätze, um loszuwerden. Ich werde auch noch mal ein bisschen Kupfer einschmelzen. Dann wird es schon wieder Zeit fürs Bettchen. So, Hofarbeit, Fischen, Wienarbeit, oh ja, 3550, das war nicht schlecht. Also diese Supersee-Gurken sind einfach sehr wertvoll. Ein paar davon und man ist reich. Blaubeergelee ist schon 150 Gold wert, also zum Vergleich, der Lachsbärengelee ist 60 Gold. Also das ist schon fast das Dreifache, was wir hier bekommen. Richtig gut. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, eure Miri. Miri. Miri.